Damit ich den Anschein von Professionalität erwecke, habe ich jetzt einen Sendeplan. Nämlich jeden ersten Freitag im Monat und jeden dritten Freitag im Monat kommt um Punkt 17 Uhr ein neues Video auf YouTube online. Und dieser Zwei-Wochen-Rhythmus, meistens Zwei-Wochen-Rhythmus, je nachdem wie lange die Monate fallen, der hat für mich drei ganz gute Gründe. Nämlich der erste wäre, dann kann ich die Videos einfach gut machen, gut vorbereiten, inhaltlich gut recherchieren. Die tendieren bei mir irgendwie dazu, dass die relativ lang und eher komplex sind und da brauche ich einfach ein bisschen Zeit, von daher passt es ganz gut. Dann kann ich zweitens die Pen-and-Paper-Kampagnen, die ich jetzt spiele, auch entspannt weiterführen. In der einen bin ich Game Master, in der anderen bin ich Spieler. Und drittens kann ich dann nebenher auch noch gut meine Bücher schreiben, die mir auch sehr, sehr wichtig sind. Und apropos drei und apropos Bücher, man sieht sie jetzt schon so ein bisschen angeteasert, ist absichtlich noch nicht voll im Bild, damit man das Cover noch nicht erkennen kann. Aber haltet mal die Augen offen, im Oktober, dann kommt der letzte Teil der abgeschlossenen Trilogie, Die Garde des Muhattl. Vielen Dank.